Hallo Freunde der leichten Grusel-Horror-Unterhaltung, wir sind wieder zurück bei Dead Space 2, ja, was haben wir vorhin erfahren, oder in der letzten Folge eher gesagt, wir haben erfahren, dass diese Dreckskerle die Ishimura hier hingeschleppt haben. Was das natürlich bedeutet, werden wir wahrscheinlich noch erfahren, aber jetzt muss ich mich erstmal um irgendwas kümmern, denn unsere Schienen sind blockiert, können gerade nicht weiterfahren, wobei ich mich frage auch nicht, auf welchen Schienen das zum Pferd hat. Ja, so geht's auch. Ishimura. Das ist vielleicht doch der gleiche Marker. Vielleicht zum nächsten Speicherpunkt, ich hab aber schon gespeichert. NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Wenn nicht, dass die Babys mir in den Rücken fallen. Der Knotenfilm isaac. Da liegt ja ein Logbuch. Audio-Log? Können wir uns mahnen? Ich lasse das hier zurück, falls sonst noch jemand überlegt hat. Unsere Crew erfahrt uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellie und ich übrig. Wir werden es nicht schaffen. Nein, steh auf, Caleb. Nur noch ein paar Meter. Ich höre sie kommen. Bring uns nicht weiter um, Ellie. Lauf weg. Ich werde sie nicht retten. Nur geh. Nein, Caleb. Caleb. Hier spricht Caleb von Süd 1. Und unten ist es aus. Ich hoffe. Du hast einen guten Job gemacht, Caleb. Ich bin hier. Obacke. da sowas verloren warum hab ich denn schon wieder keine munition mehr gehabt kann doch gar nicht sein das geht ja schon fast gar nicht mehr ich hab doch gerade alles aufgeladen um mich geschossen hab ich auch nicht viel blöder ja 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 Ich denke... Oh, 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 oh. Ich muss mich konzentrieren. Was ist denn, die Zwieger sind gar nicht so ohne? Da ist noch einer. Ich höre ihn, hier ist noch einer. Faszinierend. Faszinierend. Das war's für heute. So, letztlich. So, letztlich. So, letztlich. So, letztlich. So, ich hab's erwischt. So, das tut mir auch schon fast leid. Ich bin immer so ruhig, wenn ich mich konzentrieren muss. Aber das ist leider nur noch Leute, da müsst ihr durch. Ähm... Fuck off. So, ein bisschen dicke Wettermoni, danke schön. Und Halbleiter, den hab ich mir auch verdient. Nee, das ist auch dringend Munition. Ich weiß nicht, wie man da momentan in der Lage liegt, aber die liegt so ruhig aus. Zwei Beschleuniger. Was ist das? Nieten? Ach, Nietenbolzen. Ein paar Nietenbolzen hab ich noch. Energie, warum auch immer. Oh, noch drei Schuss von der dicken Bertha. Alter Leute, das sieht nicht gut aus. Und das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich frage mich gerade, wo könnte der nächste Shop sich gut finden. Gut, alles zumindest in der richtigen Richtung. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Vier Schüsse. Okay, ich wünsche mir mal ein... Ah, wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade mal schauen. Ich wünsche mir mal einen Palasma Cutter zurück. Und ich wünsche mir generelle Munition. Das war's schon. Das herrscht doch einigermaßen Ruhe. Da haben die gedacht, ich könnte mich erschrecken, indem ich da so ein Vieh an der Seite ranbauen denkst. So. Das ist mal ein bisschen Ordnung verbreiten. Mir juckt immer die Nase so derbe. So. Erstmal verkaufe ich die Halbleiter. Aber davon habe ich ja gerade so schon viele. Und die Munition, die ich überhaupt nicht brauche, die Niedpistole, mache ich jetzt kein Terrati groß einzulagern. Dann werde ich erst mal die Werter voll machen. Dann werde ich erst mal die... voll machen. Dann werde ich den Plasma Cutter voll machen. Mit zwei. Und ich glaube, ich werde mir einen vernünftigen Plasma Cutter gönnen, ne? Was kann denn mein Plasma Cutter? Ah, ich muss da erstmal die hier passieren, ne? Okay, das ist jetzt aber auch schon fast erledigt mit dem Gönnen oder Nicht-Gönnen. Naja, egal. Ich habe jetzt erstmal das, was ich wollte. Und ähm... Kapitel 9, 8, 6, so. Wie lange habe ich noch? Ähm... Was wollte ich jetzt weiter machen? Vier Minuten. Na gut. Was mache ich in den vier Minuten noch? Ich habe meinen Plasma Cutter. Ach du Scheiße. Ähm... Ich glaube, ich werde erstmal meine Folge hier beenden. Auch wenn es noch vier Minuten sind. Es ist heute noch mal eine kürzere Folge. Ist ja mal auch nicht schlimm. Aber jetzt ist es gerade so praktisch, weil ich gerade an einem Speicherpunkt bin. Ich gucke da eben kurz nochmal einen Plasma Cutter. Ähm... Okay, ich werde mal aber einen Plasma Cutter nehmen, der vielleicht... Ein bisschen was mehr kann. Hoch nachladen. Tempo 5. Ich glaube, ich nehme diesen hier. Der ist auch eh umsonst. Und ähm... Ja. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Eins so rudi Sport. Sie sind hier... Für mich. Jazz tableau. Ganz Konsens. Vang EPA. su ist es einfach so rudi gra молод. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020